Ich bin der Innenkommissar-Kopfer-Präsident, ich bin der Innenkommissar-Aktur in Berlin. Die Schadenskommissar-Kommissar- die Strecke mit der begürenden sozialistischen Versorgungsein in der Flüssigkeit in Berlin. Heute, die Strecke über die Strecke von Naher-Kommee werden, muss auch ein Strecke von Nürnberg umsetzen und wurde zog. Naher-Bahnen vorgeleitet. Alles andere als ruhig ist heute auch in Italien. Der Kass 1-Nord der Rückfresse angeboten vom Ministerpräsidenten Jürgen Foni verlaufen. Die Nachmärkte bleiben in höchster Alarmstimmung. So ein Wissen für italienische Schulverkehre haben heute einen neuen Rekord. Inzwischen wird in Europa so schnell wie möglich das Strafatier zu beschließen, um eine neue Regierung zu finden. Der Kass 1-Nord der Rückfresse angeboten vom Ministerpräsidenten Jürgen Foni. Der Kass 1-Nord der Rückfresse angeboten vom Ministerpräsidenten Jürgen Foni.